Herzlich willkommen bei Lubera. Mein Name ist Markus Kobbelt, ich bin Gründer von Lubera und habe Lubera vor über 20 Jahren in Bux im St. Galler Rheintal, ganz nahe beim Vorlberg, gegründet. Ich stehe hier in unserer Baumschule in Bad Zwischenhahn. Das ist unsere zweite Baumschule neben unserem Stammsitz in Bux in der Schweiz. Und hier produzieren wir für Sie diese riesige Auswahl von Pflanzen. In unseren eigenen Betrieben in Bux und hier im Bad Zwischenhahn produzieren wir alle Obst- und Bärenobstgehölze, alle Rosen- und Blütenstreicher und vieles andere mehr. Und den Rest kaufen wir von unseren Kollegenbetrieben rundherum zu. Dadurch haben Sie diese riesige Auswahl, die wir bieten können. Über 5000 Pflanzen können wir während 10 Monaten im Jahr anbieten. Eine Auswahl, die Sie in keinem Gartencenter, in keinem Baumarkt finden. Und unsere Pflanzen sind immer frisch, weil sie direkt aus der Produktion zu Ihnen kommen. Pflanzen, die Sie im Gartenzentrum und Baumarkt finden, sind lange unterwegs gewesen. Vom Grosshändler über das Verteilzentrum bis dann in die Regale und Tische. Und dort stehen sie wochenlang herum, bis sie verkauft werden. Hier stehen sie frisch in der Produktion, werden von unseren Gärtnern gepflegt und kommen frisch und gesund bei Ihnen an. Das sind die Vorteile bei Lubera, Frische und Auswahl. Gärten Sie weiter, am besten natürlich mit Lubera-Pflanzen.